Das Mariengymnasium Papenburg präsentiert nach der großen Renovierung 2021 die neuen naturwissenschaftlichen Räume, die nun zu den modernsten Fachräumen in ganz Niedersachsen zählen. Die Schule besitzt jeweils zwei modern ausgestattete Physik-, Chemie- und Biologie-Fachräume, von denen alle mit Anschlüssen für Schülerinnen-Experimente ausgerüstet sind. Der Biologieunterricht findet in zwei Fachräumen und einem zusätzlichen Mittraum statt und ermöglicht so noch besser moderne Lehr-Lernkonzepte, bei denen Handlungs- und Erfahrungsorientierung sowie kooperatives und forschend entdeckendes Lernen eine zentrale Rolle spielen. Die neuen Räume verfügen über eine moderne Medientechnik und sind in das WLAN der Schule eingebunden. Daneben wurden zwei neue MINT-Räume eingeweiht. MINT ist die Abkürzung, die sich aus den Anfangsbuchstaben der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammensetzt. Diese neuen Arbeitsplätze können Schülerinnen in Chemie, Biologie und Physik für Arbeitsgemeinschaften, Experimente oder Wettbewerbe nutzen. Sie können dort auch mal etwas liegen lassen und zu einem späteren Zeitpunkt daran weiterarbeiten. Der klassische Frontalunterricht soll so verringert und die Selbstständigkeit der Schülerinnen gefördert werden.